Denkt ihr mal hier oben irgendwo rum? Hm. Hör mal doch. Der Sack hat sich da oben versteckt, ey. Der Sack! Sack! Ui! Was denn da? Wo war der denn, ey? Mist. Shit. Ja, der müsste... Da kommst du nur ran, wenn du entweder einen Jeep hast. Ja, dann hab ich geschossen. Nee, ein Jeep oder das Speedhass von einem Gunner. Jawoll. Ah, genau, sowas. Fährt's gut, der kann sich da hochschießen. Oh, yeah. Ach, Dreck. Ja, hast genau gesehen, wie der reingerannt ist. Hahaha. Granate ist was Feines, ich sag euch das. Ist was richtig Feines, die Granate. Nein. Nicht immer auf mich. Holt euch andere zum Spielen. Boah, shit. Das zweite Mal ist der Sack mich da erwischt, ey. Mist. Ist das ohne Soll? Ja. Okay. Das ist eigentlich 1.880 Punkte. Für die Karte hier ist das wenig, ey. Das ist hier noch einer. Das war gut, dass du das gemacht hast. Wo ist er? So, nicht. Hm, hm. Boah, scheiße, ey. Ich brauch nur zwei Schüsse, da liegst du. Was macht der dafür, Schätze? Gleich ist es geschafft. Ah, die war zu kurz, ey. Jetzt kommt gleich wieder. Zack, sie ist wieder geil. Das ist, das ist nochmal. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Ich will schneller hin gehen. Jawoll. Oh, der hat mich die ganze Zeit umbounced. Shit, wer schießt denn da auf mich? Wo ist eigentlich die Flagge? Verdammte Scheiße. Hat die keiner gehabt? Boah, Scheiße. Gabum hat's gemacht. Boah, ich war doch eben noch zweiter. Aber wir haben 20 Kills. Beziehungsweise Assists. Oh, ausnahmsweise war keiner da. Ich habe das nicht. Oh, ausnahmsweise war ander. Lauf! Forrest, Lauf! Sauber! Ah, das Spiel war okay. Lull so close for the second flag, allerdings... Das stimmt. Guck mal da, 120.000 Punkte noch. 120 wäre schön. 220.000 Punkte bis zu Level Up. Okay. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss!